so meine damen und herren liebe rooster und alle die beim logo zuschauen willkommen zurück hier bei map attack mit dem logo sehr schön ja natürlich mit mir ja mit dir genau und wir haben die map stunt city soaring von sok fatal oder zock fatal heißt er ja ja hier alter welches auto nehmen wir den jester rennen oder den jester rennen ja diesmal keine super sportautos sondern nur sportwagen und ja ist trotzdem ein cutting stunts rennen also ich war echt erstaunt als ich das so gefunden habe findet man ja selten auf jeden fall und es steht natürlich dran aufmischen genau es steht natürlich dran oldschool diesmal habe ich auch eine runde eingestellt es sieht interessant aus mit doppelweg und der herr die dame kann links wie rechts also die map ist auch spielbar mit muscle cars haben wir uns jetzt gegen entschieden weil ja die bewertung mit sport oder sport autos doch besser ist ok bekannte elemente auch ein weg links ein weg rechts ich fahr mal deinen weg boah diese kurve ja genau die wurde irgendwie ein bisschen enger so ja ja kein problem da unten scheißt aber irgendwie so ja du wirst hier rausgeführt ist ja geil nicht schlecht oh feuerwerk oh feuerwerk 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 nächster feuerwerk was ist plötzlich getroffen oh kuffel gabber gun knife er macht die reifen warm so let's go oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin nicht reingefallen weil ich an der seite war ich hab's so spät gesehen ich hab's gar nicht gesehen ich hab's gar nicht gesehen außer tierer ja das war ja arschig ey die sieht man gar nicht mehr von den löchern in der wahre ja vor allem bei schwarz-gelb nicht ja hier ist schon das ziel da warten wir noch das ist nett das ist selbstverständlich hier steigen wir aus ja erstmal diesen typen hier was haben wir denn hier was ist los mit dir oh wir gehen natürlich auch ins ziel ich bin aus versehen reingerutscht es macht überhaupt nichts alles klar na na was denkste fang du an ok also ich würde auf jeden fall daumen nach oben geben ja ich auch schmuf ähm ja ähm würde ich eins sagen ja ich mein hier und da kurven bisschen eng aber ich im Großen und Ganzen würde ich eins sagen ja auch aus dem Grund weil die Trolls waren beabsichtigt der wusste was er tut genau von der Schwierigkeit her würde ich sagen einfach würde ich auch einfach sagen Spaß eins ja definitiv ich fand's mega geil war zwar eine kurze Map auch mit den Grundelementen aber er hat Oldschool dran geschrieben ich hab nicht mehr erwartet also ich hatte überhaupt keine Vorstellung und von daher voll getroffen also Sockfatal weiter so ne liebe Leute ihr da draußen schönen Tag noch schaut beim Logo vorbei und äh ja bis zum nächsten Mal hoffentlich auf jeden Fall tschü tschü do oh rozum bla